Im Grunde läuft dein Leben ganz gut, richtig? Wäre da nun nicht immer dieses leise und etwas diffuse Gefühl, das dir sagt, da muss es doch noch etwas anderes geben. Das kann es doch nicht gewesen sein. Wenn du weg von eigentlich und hin zu das ist mein bestes Leben kommen möchtest, lade ich dich ein zu meinem kostenlosen Workshop Willkommen in der Leichtigkeit.